Das ist Vater und Sohn, Alter. Der hat auch ein 60, guck dir das mal an. Markus, hakt mal da rein in die Kino, hakt rein und aber noch nicht hochheben. Gewähr ich halt den anderen auch, dann könnt ihr den... Du mal meine andere. Warte mal, bleib ruhig. Ja, ich bin ruhig, Mike. Warte, dann gib mir den lang. Na, da reicht's auf. Warte, das ist die andere, gib her, gib her. Das ist der Schwede, oh. Gib her. Ich muss mal ein bisschen vor. Guck dir mal das Maul an. Dennis, ja.